so ja so many c6 willkommen hier bei den dangan rompa v3 killing harmony ja auch schon ein paar mal gehabt als demo na so jetzt gibt es als screenshot modus hier ist unsere mini games halt mini games games so kann man auch autofahren sonst red man da rum eine ego perspektive muss mit leuten reden sachen pro point und klick mäßig alles mögliche zeit abwechslungsreich gefällt mir eigentlich so in ordnung ja steht ja der killing spiel ja von wegen also ich die noch geil ok gut also ja schon ein paar mal gehabt demo da kann man nur rumlaufen und mit den leuten reden viel weiter kommen wir nicht irgendwann weiß wie es weiter geht deswegen screenshot modus als spiel hatte ich ja deswegen ist mein recht hiervon hiervon so modus zu machen ja nur mich ja von der ich video gemacht habe so weil ich wie hat ja ja ganz interessant halb weit abwechslungsreich ist ja sehr killing game return ja wir schön na na so ja so war das ende vom video bbis lang abonnieren sondern verabschiede mich und wir sind schon da noch und schüttchen